So, mein Mann, wir haben ein Double-Upload. Soeben haben sich die Jungs von Apecrime zu Wort gemeldet. Sie haben ein Video hochgeladen mit dem Titel Wir zeigen Tanzverbot an und in diesem Video haben sie gesagt, dass sie selber Tanzverbot nicht angezeigt hätten, sondern dass das womöglich ein Zuschauer gewesen ist. Und der Bezug mit dieser Anzeige sei gar nicht diese Online-Casino-Sache, sondern sei dieses Booster-Video, beziehungsweise diese Booster-Kooperation gewesen oder in dem Fall das Booster-Video, das Ansage-Video von Tanzverbot, was er seinerzeit gegen Apecrime wegen dieser Booster-Kooperation gemacht hatte. Die Jungs von Apecrime haben in ihrem Video Tanzverbot dafür kritisiert, dass er auf Twitter geschrieben hatte, Apecrime hat mich angezeigt und sprechen davon, dass sie durch Tanzverbot angefeindet worden sind von Zuschauern. In dem Fall hat Tanzverbot angekündigt, sich hierzu selber noch einmal zu Wort zu melden. Aktuell haben wir nur die Reaktion von Apecrime. So, und die Frage, wie ist sowas überhaupt möglich? Also, wenn zum Beispiel eine Straftat öffentlich passiert oder jemand den Eindruck hat, da entsteht gerade eine Straftat, dann kann theoretisch jeder jeden anzeigen. Hier wurde angeblich Apecrime als Opfer benannt, wodurch dann Apecrime-Post von der Polizei bekommen haben sollen. Und der YouTuber-Tanzverbot soll hier wohl auch als Täter genannt worden sein. Dieses Verfahren wirkt jedenfalls sehr unüblich, weil normalerweise ist das so, dass die Opfer die Täter anzeigen, beziehungsweise die potentiellen Opfer die potentiellen Täter anzeigen. So, und dass das jetzt nun auch um dieses Booster-Video gehen soll, das ist relativ komisch, weil Tanzverbot hat, soweit ich weiß, die Jungs von Apecrime nicht irgendwie beleidigt oder so, er hatte seinen Unmut kundgetan, und inwieweit das nun juristisch relevant ist, was Tanzverbot damals in seinem Ansagevideo gemacht hatte, das kann ich jetzt selber überhaupt nicht nachvollziehen. Und was besonders interessant ist, es soll gar nicht um diese Casino-Nummer gehen, sondern es soll um dieses Booster-Video gehen. Aber wo liegt denn hier bitte die Straftat? Wo hat Tanzverbot hier irgendjemand beleidigt oder so? Tanzverbot hat seinen Unmut kundgetan, und inwieweit das nun eine Anzeige rechtfertigt oder eine Strafverfolgung rechtfertigt, das kann ich aus meiner Perspektive überhaupt nicht nachvollziehen. Soweit ich es verfolgt habe, hat Tanzverbot hier ausschließlich seine Meinung gesagt, und warum er nun hierfür angezeigt wird. Ich meine, er hat eine Meinung gesagt, die muss man ja gar nicht teilen. Apecrime haben dazu sicherlich eine entgegengesetzte Auffassung und eine entgegengesetzte Meinung als Tanzverbot zu der Booster-Auseinandersetzung. Aber inwieweit man hier jemand anzeigen sollte, das können glaube ich auch die wenigsten nachvollziehen. Man sieht es auch an den ersten Reaktionen. Am naheliegendsten wäre es gewesen, dass es eine Auseinandersetzung wegen dieser Online-Casino-Nummer gibt. Anscheinend ist dem nicht so. Naja, aber das ist auf jeden Fall das Update. Das Video von den Jungs von Apecrime befindet sich unten in der Videobeschreibung. In dem Video haben sie auch, ähnlich wie Tanzverbot sind sie auch, meinungsstark auf Tanzverbot eingegangen. Tanzverbot ist seinerzeit ja auch meinungsstark auf Apecrime eingegangen. Also das ist, ich sag mal, der Tonfall aktuell auf YouTube. Und gut, man kann da jetzt gegenseitig mit Anzeigen addieren oder die Behörden können sich da jetzt einschalten, wie sie wollen. Das ist halt, auf diesem rhetorischen Level bewegen wir uns gerade. In jedem Fall muss man sagen, Apecrime haben sich hierzu nun zu Wort gemeldet. Apecrime sagen, sie haben mit der Anzeige nichts zu tun. Das muss man ganz klar sagen, dass sie sagen, sie haben damit selber überhaupt nichts zu tun. Das ging von anderen Leuten los. So und jetzt wird noch interessant sein, was Tanzverbot hierzu sagt. Also ich kann sagen, also wenn es um diese Booster-Auseinandersetzung geht, verstehe ich die Rechtsfrage nicht oder den möglichen Rechtsstreit nicht. Ähm, müssen wir mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Und ich halte euch jedenfalls auf dem Laufenden und bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime! Ehe, von Ladies!